Herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mit Microsoft Flight. Dieses Spiel ist umsonst. Ihr könnt es euch einfach downloaden auf, ich glaube, www.microsoft.com slash flight. Ich weiß es nicht, ich werde es sicher nochmal unten reinschreiben in die Beschreibung. Wie gesagt, das Spiel ist umsonst. Ich habe gerade mal ein bisschen angetestet, ob es gut läuft. Es läuft fantastisch. Und man kann es mit dem Xbox-Bad spielen. Yeah! So, und ich zeige euch das einfach mal. Ich gehe mal hier auf Trainingsflug. Fliegen. Es ist eigentlich nett, dafür, dass das Spiel umsonst ist. Es hat nur 1,4 GB. Es gab schon ewig keinen Flight Simulator. Ah, hier kann ich jetzt einfach so, ja. Okay, Motor nicht gestartet. Zum Starten des Motors drücken sie B. So, dann wollen wir mal. Voll Stoff. Und dafür, dass das ein Gratisspiel ist, sieht es doch ganz nett aus. Man braucht ungefähr 30, 40 Knoten. Dann kann man schon so leicht abheben. Na, noch nicht ganz. Oh, jetzt brauche ich 50. Vielleicht nur, weil es aus dem Wasser raus war. Ich kann euch mal die ganzen Perspektiven zeigen. Das ist zum Landen auf einem Flughafen. Das ist die Innenansicht. Und wenn man sich das mal anguckt, das sieht so ein bisschen aus wie ein Mitsubishi. Also auch das Zeichen und so. Darum sind die Wolken. Hier sieht man das Wasser. Wir fliegen auf Hawaii, äh, über Hawaii. So, wir wollen jetzt aber mal wieder raus. Und wir greifen da hinten die Stadt an. Nein, Quatsch. So. Ich bin eigentlich, so in Kindertagen, war ich ein ganz großer Fan von Flugsimulatoren. Und, ähm, ja. Es gab einfach nur lange Zeit keinen mehr. Und nach 2001 haben Flugsimulatoren auch nicht mehr so viel Spaß gemacht. Warum? Könnt ihr euch jetzt selber denken. Das soll jetzt keine Kritik sein. Aber, äh, was soll das? Warum nimmt man dann sowas raus? Dass man zum Beispiel Gebäude rammen kann. Nur weil das in Wirklichkeit halt passiert ist. Natürlich passiert das in Wirklichkeit. So. Können uns das hier mal so ein bisschen angucken. Das ist jetzt einfach nur so freier Flug. Ne? Ich find das nett. Ich find's wirklich nett für ein Gratisspiel. Aber es gibt auch richtige Missionen. Und die hab ich, also ich hab gerade, bevor ich das Spiel, ja, ich hab's installiert. Und dann wird man gleich in zwei Missionen reingeschmissen. Wollen wir mal gucken, ob's geht? Los. 11. September. Attacke! Zieht euch das rein. Bitte zieht euch das rein. Wie scheiße ist das denn? Als ob man ein Spielzeug hat. Oh Gott. Und es verschwindet auch im Boden. Egal. Wir wollen... Trainingslook beenden. Wir wollen jetzt hier mal ein bisschen missionsmäßig was machen. Und uns das Spiel angucken. Ich mach das echt nur hier so. Das soll kein, kein fettes, äh, derbes Hammer-Let's-Play werden. Okay. Äh, Einsätze. Da. Tutorial. Lernen Sie in dieser Stunde, wie man landet. Wollen wir lernen, wie man landet? Hm. Hm. Ja. Bewegen Sie das Mausrad, um die Ansicht der Position zu vergrößern oder zu verkleinern, an der sich der Mauszeiger auf der Karte oder im virtuellen Cockpit befindet. Natürlich. In dieser Stunde geben Sie die Grundlagen für die Landung an den Kleidflug. Ein bisschen leise ist die alte, ne? Müssen wir nochmal ganz kurz die alte lauter machen. Ich hab natürlich wie immer alles ein bisschen leiser gemacht. Welcome to, well, 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 welcome to Microsoft Flight. Was hast du gesagt? Was? 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 Welcome to, well, welcome, 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 welcome to Microsoft Flight. Ja, ein bisschen lauter können wir was machen hier. So. Oh, ich hab nicht lauter gemacht, ich hab's nicht abgespeichert. Ah, entschuldigt bitte. So, das auf 30 und nochmal hier die alte, wo ist sie? Finde ich super lustig, so. Sie sollten den Einsatz mehrmals fliegen, ein perfekter Landeanzug und die Landung erfordern Übung. So. Wir fliegen die Aikna 5 etwas südlich von Kona Internet. Natürlich. Die Piste ist riesig, kaum zu verfehlen. Sie wurde auf einem Laberfeld angelegt. Okay, bei der Landung kommt es auf drei Dinge an. Landung, Landung, Landung. Achso. Ja, genau, Tempo. Bist du lustig. Mein Lehrer hat mir immer gesagt, wer bremst, kommt runter. Ich will nicht so fliegen. Jetzt sind Sie dran. So will ich fliegen. Ziehen Sie den Gashebel auf 4-5% oder etwa 3.800 Umdrehungen. 4-5%. Kann sie nicht 45 sagen? Gut. Fahren Sie jetzt das Fahrwerk aus. Bäää. Wie langsam das Fahrwerk ausfährt, ne? Ich bin so langsam. Okay. Das Tempo ist entscheidend für die Landung. Also achten Sie auf die Geschwindigkeit. In dieser Maschine sollten wir die Piste mit etwa 5-5 Knoten anfliegen. 5-5 Knoten. Wir fliegen etwas zu tief für die Landung. Versuchen wir den Abschnitt nochmal. Was? Alter! Kontrollpunktladen. Du gehst mir auf den Sack. Lass mich doch so fliegen, wie ich will. Warum bedienen Sie denn das Gaspedal? Alter. Jetzt sind Sie dran. Volle Power. Ja, mach ich gleich. Ich muss erst mal... Aber jetzt, wenn ich verringere, fällt das... Ja, ich mach jetzt mal gar nichts, ne? Und die Maschine schmiert ab. Ziehen Sie die Nase für einen sanften Sinkflug leicht hoch und wir bremsen ab. Ich zeige Ihnen jetzt mal was. In diesem Teil der Stunde bediene ich den Gashebel. Dann zentrieren Sie sich auf das Fliegen der Maschine. Das Tempo ist entscheidend für die Landung. Das Tempo ist entscheidend für die Landung, also achten Sie auf die Geschwindigkeit. In dieser Maschine sollten wir die Piste mit etwa 5-5 Knoten anfliegen. Steuern Sie ganz vorsichtig. Je ruhiger Sie fliegen, desto besser. Versuchen Sie mal, die Maschine durch Anheben oder Absenken der Nase zu bremsen oder zu beschleunigen. Ohne Gashebel. Ja, mach ich doch. Das mag seltsam klingen, aber es hilft bei der Landung. Versuchen Sie es. Wir sind etwas langsam, also senken Sie die Nase etwas ab. Gut so, das Tempo passt. Gut, wir sind bei 5-5 Knoten. Heizen Sie das Tempo nur mit kleinen Korrekturen. Mach ich. Okay, gut so. Übernehmen Sie jetzt wieder den Gashebel. Na, geht doch. Jetzt sollten Sie trimmen. Das verringert den Druck auf der Höhenrudersteuerung. Sie müssen den Endanflug freihändig fliegen können. Los. Sehen Sie die Lichter links von der Piste? Nö. Man nennt sie Partylichter. Na, natürlich. Wir sagen Ihnen, dass Sie auf dem Gleitpfad für die Piste sind. Das sind die Partylichter. Und alle Lichter rot sind Sie zu niedrig. Sind alle weiß sind Sie zu hoch. Bei zwei weißen und zwei roten sind Sie genau auf dem Gleitpfad. Natürlich haben nicht alle Flughäfen diese Lichter. Manche nutzen ein ähnliches System namens Vasi. Jetzt sehen Sie zwei weiße und zwei rote Lichter. Also sind wir genau auf dem Gleitpfad. Gut. Das läuft toll. Mit dem Gashebel korrigieren Sie die Höhe des Landeanflugs. Wir fliegen etwas zu hoch. Also nehmen Sie etwas Gas raus. Wir brauchen zwei weiße und zwei rote Lichter. Wir sind genau da, wo wir sein müssen. Okay. Stellen Sie den Gashebel nach der Korrektur wieder zurück. Okay, gleich haben wir es. Nehmen Sie nur kleine Korrekturen vor. Ja. Kann ich jetzt aufsetzen, Lady? Und jetzt reduzieren Sie über der Piste den Antrieb auf Leerlauf. Und halten Sie die Nase oben, damit das Flugzeug aufsetzen kann. Ja, für eine gute Landung braucht es jetzt. Was ist die Wohnung? Ach. War doch perfekt. Und jetzt kannst du abbremsen, bis wir bei etwa 1 Uhr Knoten sind. Achso, ah. Lass nochmal. Übung macht den Meister. Ach Mensch. War doch gut. Beschwer dich doch nicht. Doofe Pute. So, Auszeichnung. Aufgesetzt. Okay. Okay. Ey, ich muss euch mal diese Auszeichnung zeigen. Da habe ich vorhin was freigespielt, als ich das nur mal angetestet habe. Mal hier. Zurück. Hopp. Wo ist denn mein Profil? Spielen. Ach, Pilotenprofil. Da. Irgendwo müssen noch die Auszeichnung da. Auszeichnung. Da, Kokosnuss BH. Schließen Sie den Einsatz Hochzeitsfeier ab. Da muss ich zu so einer Yacht hinfliegen. Hammerhart. Ziehen wir uns die nächste Aktivität mal rein. So, was haben wir denn da? Die Einführung in die Bo... Hier, die Hochzeitsfeier. Die könnte ich euch gerne nochmal zeigen. Das war eigentlich ganz lustig. Geschätzte Zeit 15 Minuten. Ist mir ein bisschen zu lang. Grundlagen waren auch öde. Ah, hier fangen wir mit der Boeing an. Das andere... Also, in der freien Version gibt es, glaube ich, nur zwei Flugzeuge. Einmal diesen komischen Mitsubishi, den ich gerade hatte. Und hier diese Boeing. Alles weitere muss man sich dazu kaufen. Aber, äh, mach ich nicht. Ich will das Spiel nur mal so ein bisschen antesten. Aber ich find's echt lustig. Es ist sehr Kate-mäßig. Natürlich. Schauen wir uns die Maschine vorher kurz an. Na, dann zeig mal her. Im Zweiten Weltkrieg diente die Boeing PT-1 Team Steermann als Schulflugzeug. Mhm. Nach dem Krieg wurden tausende Steermanns auf dem freien Markt verkauft. Viele wurden zu Agrarfliegern umgerüstet. Einige werden auf den Inseln noch eingesetzt. Andere sind in der Hand von Fliegereifans und Flugschau-Teilnehmern. Wegen ihrer Flugeigenschaften, des Aussehens und des offenen Cockpits wurde die Steermann zu einem Klassiker. Okay. Wenn Sie bereit, klettern Sie rein. Yeah. Oha. Ego-Shooter. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Rennen. Oh. Das Rennen ist ja geil. Bleh. Äh. Äh. Hallo? Ich hänge. Ich hänge. Ah. Äh. Okay. Kommen Sie sich um. Die Instrumente sind übersichtlich. Ja, total. Ich würde gerne loslegen. Piloten benutzen eine Checkliste, um an alle für einen sicheren Flug notwendigen Schritte zu ieben. Rufen Sie die Checkliste auf. Ah, cool. Sie können die Checkliste von Hand ausführen. automatisch ausführen lassen oder überspringen. Automatisch. Überspringen. Da wir diesem Flugzeug nur wenig Zeit haben, gehe ich die Checkliste mit Ihnen schritten. Oh, doofe Pute. Hier ist die Anlass-Checkliste. Brennen, Treten und Halten. Ja. Gas, die wir auf mittlere Stellung. Gemisch auch voll reich. Aha. Okay, Zündung an. Batterie an. Anlass an. Und? Motor springt an. Okay. Antrieb zurück auf 800 und Drehung. Öldruck sieht gut aus. Profehlersteuerung, hohe Drehzahl. Alternator und Funkgeräte an. Bremsen gelöst. Gut, können wir loslegen. Schön. Sehen Sie, wie schlecht man am Boden über die Nase sehen kann? Um mehr zu sehen, müssen Sie seitlich rausschauen. Sie rollen etwas zu schnell. Bremsen Sie in Spornradzugzeugen, wie das Tiermann vorsichtig ist, und fliegt das Hecht nach oben. Denken Sie bei Start und Landung daran. Ja, ich kann echt nichts sehen. Hey, wir sind im Gras. Der Maschine macht das nichts, aber bleiben Sie auf der Rollbahn. Hey, Sie sollen die Piste benutzen. Hab ich doch. Ich bin doch schon... Oh. Du. Fuck. Kann ich ja nichts für, dass ich gerade ein bisschen Bock hatte, was zu machen hier. Sehen Sie, wie schlecht man am Boden über die Nase sehen kann? Um mehr zu sehen, müssen Sie seitlich rausschauen. Versuchen Sie es mal. Äh, was? Verändern Sie den Blickpunkt, indem Sie die Mausradtaste drücken und nach oben und unten. Ah, okay. Sehr gut. Wollen Sie zur Piste. Geben Sie etwas Gas, um hochzufahren. Ace Ventura Style. Okay. Bremsen Sie in Spornradflugzeugen wie der Stiermann vorsichtig, sonst schlägt das Heck nach oben. Denken Sie bei Start und Landung daran. Sie rollen etwas zu schnell. Hey, wir sind im Gras. Der Maschine macht das nichts, aber bleiben Sie auf der Rollbahn. Ach so. Auf der anderen Seite rausgucken. So besser. H H